Herzlich Willkommen im Jura-Sick-Park. Vorweg, was macht man, wenn man ein Spiel spielt, sich die Regeln durchgelesen hat, diese ganz genau befolgt und dann feststellen muss, dass die Mitspieler schummeln und sogar während des Spiels die Regeln ändern? Also was ihr macht, kann ich nicht sagen. Ich für meinen Teil stehe auf, bedanke mich und verlasse den Spieltisch. Vielleicht denke ich sogar noch einmal über das Geschehen nach und frage mich, ob ich die Spielregeln richtig verstanden habe. Kann ja sein, dass zwar die gleichen Wörter benutzt werden, wie ich sie aus meiner Muttersprache kenne, diese im Spiel aber eine ganz andere Bedeutung haben. Ein super Beispiel dafür ist der Begriff Straße. Ja, dabei mal vielen Dank an Joe Kreisel. Wer auf dem Pokertisch nach Asphalt sucht, wird mit Sicherheit enttäuscht werden. Denn obwohl wir den Begriff Straße aus unserem Alltag kennen, hat er bei diversen Spielen eine völlig andere Bedeutung. Somit ist klar, dass ich die Spielregel nur verstehen kann, wenn ich die Bedeutung der verwendeten Begriffe kenne. Und schon sind wir am Spieltisch, dem man uns als Leben vorgaukelt. Was will ich damit sagen? Stellen wir uns mal vor, es gäbe einen Staat, der Deutschland heißt. In diesem Staat gäbe es natürlich Ämter und Regierungsstellen, die ja irgendwie miteinander kommunizieren würden. Dafür gäbe es die sogenannte Amtssprache. Die Nichts-als-die-Wahrheit-Seiten von Wikipedia erklären die Amtssprache folgendermaßen. Die Amtssprache ist die Sprache eines Landes oder Staates und gilt verbindlich für die Regierung und alle staatlichen Stellen untereinander und gegenüber den Bürgern. In der Amtssprache werden Verwaltungsakte und Normen verfasst, Auskünfte an Bürger erteilt, Verhandlungen geführt und protokolliert. In ihr müssen auch Schriftsätze vor Gericht und Anträge eingereicht werden. Innerhalb eines Landes oder eines Gebietes kann es gleichzeitig mehrere Amtssprachen geben. Staaten mit mehreren Amtssprachen gebrauchen oft zur internen Verständigung aus Vereinfachungsgründen eine gesonderte Arbeitssprache. Amtssprachen und Arbeitssprachen sind auch bei internationalen Behörden wie der UNO und dem Europäischen Patentamt verbreitet. Bei Begriffe unten heißt es dann noch, die Amtssprache ist im engeren Sinne die Sprache, in der Behörden und Regierungen kommunizieren. Soweit, so gut. Hoch erfreut war ich, als ich bemerkte, dass Wikipedia sogar schon eine Seite über den gedachten Staat Deutschland parat hält und sich dieser fiktive Staat sogar räumlich mit meinem Lebensraum deckt. Dann interessiert es mich doch sofort, welche Amtssprache wohl in diesem Staat gesprochen wird. Was sagt denn Wikipedia dazu? Amtssprache in Deutschland Die einzige normativ genannte Amtssprache in Deutschland auf gesamtstaatlicher Ebene ist Deutsch. Bundesbehörden und Bundesgerichte in Deutschland kommunizieren in der Regel in der Amtssprache Deutsch. Bundesgesetze und Erlasse sind, zumindest auch, in deutscher Sprache verfasst. Ähä, Deutsch. Das habe ich da schon mal irgendwo gelesen. Ah, anderes Thema. Zur allgemeinen Beruhigung? Nein, ich bin nicht zurück in die Matrix gekrabbelt. Ich weiß sehr wohl, dass es sich nur um eine Staatssimulation handelt. Aber die andere Seite behauptet ja immer noch steif und fest, dass ihre Firmen ein, was stand da nochmal bei Wikilegia? Ach ja, ein freiheitlich-demokratischer und sozialer Rechtsstaat sind. Also simulieren die auch sowas wie die Amtssprache. Und die soll in diesem Firmenkonstrukt nun mal Deutsch sein. Dann frage ich dich, da vor dem Monitor, welche Sprache sprichst du eigentlich? Auch Deutsch? Das heißt, du begreifst, was in den Briefen und ausgefertigten, nicht unterschriebenen Beschlüssen der Bediensteten steht? Dann gibt es nur drei Möglichkeiten. Erstens, du irrst dich. Zweitens, du spielst im System mit, schläfst dort entweder friedlich vor dich hin oder partizipierst sogar davon. Drittens, du hast das Lösungsbuch zumindest schon ansatzweise gelesen. Wieso nenne ich dieses Schwarte das Lösungsbuch? Ganz einfach. In diesem Wörterbuch stehen genau die Wörter, mit denen sich die bediensteten Juristen der Simulation in ihrer fiktiven Amtssprache Deutsch unterhalten. Ich werde euch jetzt einige der dort aufgeführten Wörter näher bringen und danach werdet ihr euch selbst erklären können, weshalb ich dieses Meisterwerk das Lösungsbuch nenne. Wer möchte, kann auch gleich mitspielen und sich selbst testen, ob und wie gut er Deutsch spricht. Immer wenn ich mir ein neues Wort aus dem Wörterbuch vornehme, blende ich dieses für 5 Sekunden ein. Drück dort einfach mal auf Pause und versuche dir selbst die Bedeutung des Wortes zu erklären. Danach kannst du die Pause beenden und deine Bedeutung des Wortes mit der der Juristen vergleichen. Eine kleine Anmerkung noch. Bei einigen Begriffserklärungen habe ich für ein besseres Verständnis Teile der Beschreibung weggelassen und zeige dieses durch eine Punktelinie an. Dabei habe ich peinlich genau darauf geachtet, dass der Sinn der Beschreibung nicht verfälscht wurde. Vermutung Vermutung ist die Annahme eines Umstands als wahrscheinlich gegeben. In der Regel ist der Gegenbeweis zulässig. Im Gegensatz zur Fiktion kann bei der Vermutung der vermutete Umstand gegeben sein. Okay, das heißt für mich, wenn etwas vermutet wird, kann es wirklich so sein, wobei aber auch bewiesen werden kann, dass es in Wirklichkeit nicht so ist. Und was ist jetzt bitte schön der Unterschied zur Fiktion? Fiktion Erdichtung ist der Rechtssatz, der eine in Wahrheit nicht bestehende Tatsache als bestehend behandelt. Die Fiktion kann im Gegensatz zu einer gesetzlichen Vermutung nicht durch Gegenbeweis entkräftet werden. Hänsel und Gretel verirrten sich im Wald. Jetzt beweist ihr mir mal, dass die sich wirklich verirrten. Könnt ihr nicht? Natürlich nicht. Es ist ja nur ein Märchen, sprich eine Erdichtung. Die beiden Figuren haben sich die Brüder Grimm ausgedacht. Vielleicht haben sie sich sogar von existierenden Menschen inspirieren lassen. Aber die im Märchen erzählte Geschichte ist eine Fiktion. Und diese lässt sich einfach nicht durch Gegenbeweise widerlegen. Wer jetzt meint, dass der Gegenbeweis schon damit begründet ist, dass es sich ja nur um ein Märchen handelt, der irrt. Denn das Märchen selbst ist im realen Leben existent. Und in ihm wird die Geschichte erzählt, in der sich Hänsel und Gretel im Wald verirrten. Wenn dir die Bedeutung des Wortes Fiktion jetzt noch nicht ganz klar ist, solltest du dir diesen Teil noch einmal ansehen. Denn darauf baut sich gleich etwas Unglaubliches auf. Und das hat mit dem nächsten Wort zu tun. Fiktionstheorie Fiktionstheorie ist die Theorie zur juristischen Person, die davon ausgeht, dass für die Zuordnung herrenloser Rechte die juristische Person durch Fiktion geschaffen werden müsse. Gravumm! Okay, das müssen wir mal ein wenig genauer betrachten. Hier wird also gesagt, dass eine juristische Person eine Fiktion sei, die man benötigt, um herrenlose Rechte zuzuordnen. Um die Ausmaße dieser Aussage zu begreifen, müssen wir uns erst einmal ansehen, was denn eine Person ist. Fragen wir doch als erstes mal wieder Wikipedia, woher der Begriff Person eigentlich stammt. Wortherleitung Die Herkunft des Wortes Person ist nicht vollständig geklärt. Es existieren hierzu verschiedene Theorien. Fest steht lediglich, dass es im 13. Jahrhundert als Person, Personae, aus Lateinisch Persona, Maske des Schauspielers, ins Deutsch übernommen wurde. Der Ursprung des lateinischen Begriffs ist jedoch umstritten. Am bekanntesten ist die Ableitung von Lateinisch Personare für Durchtönen, nämlich die Stimme durch die Maske. Personen im juristischen Sinn ist der Oberbegriff für natürliche Personen und juristische Personen. Beide Rechtssubjekte sind Träger von Rechten und Pflichten. Ihnen ist Kraftgesetzes Rechtsfähigkeit verliehen. Außerdem wird die Person als Staatsbürger oder Staatsangehöriger, dem juristisch ein bestimmtes verfassungsrechtlich festgelegtes Subjektsein zugeordnet wird, verstanden. Person darf in diesem Sinn weder mit Persönlichkeit noch mit Individualität verwechselt werden. Woher stammte nochmal der Begriff Person? Persona bezeichnete ursprünglich eine im antiken griechischen Theater von den Schauspielern verwendete Maske, welche die Rolle des Schauspielers typisierte. Der Name ist abgeleitet aus dem Lateinischen Personare hindurchtönen. Hm. Weshalb bezeichnen wir uns alle als Personen, wenn doch damit die Maske gemeint ist? Das wäre ja so, als wenn ein Schauspieler niemals aufhören würde, seine Rolle zu spielen. Was sagen denn die Juristen dazu? Person Person ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Natürliche Person ist der Mensch, und zwar von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod. Juristische, früher moralische, Person ist die rechtlich geregelte soziale Organisation, Zusammenfassung von Menschen und Sachen, der die geltende Rechtsordnung eine allgemeine Rechtsfähigkeit zuerkennt, sodass sie unabhängig von ihrem Mitgliederbestand selbst Träger von Rechten und Pflichten ist. Okay. Die Juristen unterscheiden also zwei Arten von Personen. Zum einen die natürlichen Personen, die den Menschen darstellen sollen. So steht es ja auch im §1 des BGB. Buch 1, Abschnitt 1, Person. Teil 1, natürliche Person, Verbraucher, Unternehmer. Und dann, §1, Beginn der Rechtsfähigkeit. Die Rechtsfähigkeit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Geburt. Und zum anderen, die juristischen Personen, mit denen Menschen und Sachen in rechtlich geregelte soziale Organisationen bezeichnet werden. Ich habe sogar dazu so etwas wie ein Gesetz gefunden, in dem aufgezeigt wird, wie man diese Personen unterscheiden kann. Angaben zur Identitätsfeststellung von juristischen und natürlichen Personen. Bei natürlichen Personen sind dies insbesondere der Familienname, die Vornamen, der Tag und der Ort der Geburt, sowie die Anschrift der Hauptwohnung. Bei juristischen Personen sind diese insbesondere der Name, die Anschrift des Sitzes, die Rechtsform und die Bevollmächtigten. Außerdem ist in diesem Fall eine Kopie des Handelsregisterauszugs oder der Errichtungsurkunde beizulegen. Und jetzt frage ich euch wieder. In welcher gesetzesähnlichen Schrift finden wir diese Erklärung zu den Personen? Es ist die Personalausweisverordnung, die den unterschiedlichen Personen eindeutige Merkmale zukommen lässt. Rufen wir doch einfach noch mal Ihrem Erika, ach nee, ist ja gar nicht das Merkel, egal, und schauen uns diesen Personalausweis noch mal genauer an. Was entdecken wir dort? Einen Namen. Und welcher Art Person ist ein Name zugeordnet? Der juristischen Person. Was mich ein wenig verwundert, ist bei juristischen Personen die Anschrift des Sitzes. Denn wo entdecken wir unseren Sitz? Im Paragraf 7 des BGB. Dort heißt es Wohnsitz, Begründung und Aufhebung. Erstens, wer sich an einem Orte ständig niederlässt, begründet an diesem Orte seinen Wohnsitz. Zweitens, der Wohnsitz kann gleichzeitig an mehreren Orten bestehen. Drittens, der Wohnsitz wird aufgehoben, wenn die Niederlassung mit dem Willen aufgehoben wird, sie aufzugeben. Dort ist der Wohnsitz von natürlichen Personen geregelt. Die haben doch aber nach der Personalausweisverordnung eine Wohnung und keinen Wohnsitz. Hat der Gesetzgeber dort irgendwo geschlafen? Bisher dachte ich immer, dass uns die juristische Person mit dem Personalausweis überbeholfen wurde. Jetzt sieht es allerdings so aus, als hätte man uns mit der Vollendung der Geburt beide Personen aufgedrückt. Ein weiterer Hinweis steht am Ende des letzten Satzes. Da ist die Rede von einer Errichtungsurkunde. Was könnte das denn sein? Na schauen wir mal, was wir alles benötigen, wenn wir einen Personalausweis beantragen. Das Serviceportal Berlin erklärt uns ganz genau, wie die Beantragung auszusehen hat und welche Unterlagen erforderlich sind. Und siehe da, für den ersten Personalausweis oder Reisepass benötigt man eine Geburtsurkunde bzw. einen Auszug aus dem Familienbuch. Geburtsurkunde Geburtsurkunde ist die, die Geburt eines Menschen beweisende öffentliche Urkunde. Da kann das Baby auf dem Arm noch so schreien. Ohne Urkunde lebt es nicht. Denn erst mit der Erstellung dieser Errichtungsurkunde ist der Treuhandfond ins Leben gerufen, für den wir als Person gerade stehen sollen. Nebenbei, alles was registriert ist, gehört einem nicht mehr. Mit diesem Wissen können wir ganz nüchtern feststellen, dass der Personalausweis bzw. Reisepass eine juristische Person erkennen lässt. Name, Wohnsitz, Errichtungsurkunde. Schauen wir uns jetzt noch einmal die juristische Bedeutung des Wortes Fiktionstheorie an. Was eine juristische Person ist, wissen wir inzwischen. Jetzt wäre es doch interessant herauszubekommen, was herrenlose Rechte sind, oder? Herrenlos Herrenlos ist die im Fehlend von Eigentum bestehende Eigenschaft einer Sache. Wer eine herrenlose, bewegliche Sache ohne Verletzung eines gesetzlichen Verbots oder eines Aneignungsrechts einer anderen Person in Eigenbesitz nimmt, erwirbt das Eigentum. Es tut mir leid, aber jetzt wird es richtig kompliziert, denn jetzt müssen erst einmal die Verweise abgearbeitet werden. Was ist denn Eigentum? Eigentum Eigentum ist im Verfassungsrecht Artikel 14 Grundgesetz jede vermögenswerte privatrechtliche Rechtsposition, also auch Rechte, Forderung, sowie jede öffentlich-rechtliche Rechtsposition, die überwiegend das Äquivalent eigener Leistung, das heißt des Einsatzes eigener Arbeit oder eigenen Kapitals ist. Eigentum ist seit der Verfassungsgebung durch die Verfassung garantiert. Ja, wenn wir denn eine Verfassung hätten und kein Grundgesetz mit Alliierten vorbehalten, die den Deutschen verbietet, Eigentum zu besitzen. Der obrigkeitliche Entzug von Eigentum ist nur zum Wohl der Allgemeinheit aufgrund eines Gesetzes und gegen Entschädigung zulässig. Enteignung Sache Sache Paragraf 90 BGB ist der körperliche Gegenstand. Es muss sich um einen nach natürlicher Anschauung durch räumliche Abgrenzung für sich bestehenden, im Verkehrsleben besonders bezeichneten körperlichen, räumlich ausgedehnten Gegenstand handeln. Er kann fest, flüssig oder gasförmig sein. Er darf nicht wesentlicher Bestandteil einer anderen Sache sein. Keine Sache ist der Mensch. Oder nach neuerer gesetzlicher Bestimmung vom 20.08.2009 das Tier Paragraf 90a BGB Körperlich Körperlich Adjektiv Ein Körper betreffend Räumlich abgrenzbar Körper Körper ist allgemein ein räumlich begrenzter Gegenstand. Der Körper des Menschen ist die Gesamtheit seiner Knochenteile und Weichteile, einschließlich aller fest verbundenen künstlichen Körperteile als eine Einheit. Seine Verletzung kann Schadensersatzansprüche begründen und strafbar machen. Gegenstand Gegenstand ist allgemein alles, woran eine Berechtigung entstehen kann. Zum Teil wird unter Gegenstand nur verstanden, was Bestandteil des Vermögens sein kann, zum Beispiel Geschäftsgeheimnis, Unternehmen. Oder auch nur Sachen, Energien oder sonstige Vermögensrechte. Nicht dagegen Persönlichkeitsrechte, Familienrechte und unselbstständige Gestaltungsrechte. Nach Paragraf 90 BGB sind jedenfalls Sachen nur ein Unterfall der Gegenstände. Hm, da wird bei Sache erklärt, dass der Mensch keine Sache sein kann. Eine Sache aber ein körperlicher Gegenstand ist. Unter Körper finden wir wieder den Menschen und die Definition seines Körpers, während ein Gegenstand wieder als Sache deklariert wird. Weshalb wird dann vor Gericht in Sachen verhandelt und warum fragt der Richter nach den Namen, der doch eindeutig eine juristische Person erkennen lässt? Kann es sein, dass uns das System nicht als lebendige Menschen sieht, sondern nur als Sache? Als juristische Person? Als Geburtsurkunde? Personalausweis? Reisepass? Oder sonstig freiwillig beantragten Ausweis? Sieht uns das System etwa nur als Nummer? Aber ich bin noch ein Mensch. Warum sieht mich das System nicht so? Und vor allem, wie definiert das System einen Menschen? Mensch Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis zu seinem Tod. Der Mensch steht im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechtes. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Er hat bestimmte grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Hm. Und was ist, wenn er die gar nicht haben will? Wenn er auf seine Rechte verzichtet, wie war das im BGB § 1? Die Rechtsfähigkeit. Das bedeutet doch, dass der Mensch zwar die Fähigkeit hat, diese doch aber nicht nutzen muss. Die meisten Menschen haben doch auch die Fähigkeit eigenständig zu denken. Aber machen sie das auch? Und warum steht da der Geburt und nicht seiner Geburt? Kann es sein, dass für das System die Geburt erst mit der abgeschlossenen Erstellung der Geburtsurkunde beendet ist? Die Antwort finden wir im folgenden Begriff. Geburtsname ist der Name, der in die Geburtsurkunde eines Ehegatten zum Zeitpunkt der Erklärung über einen Ehenamen gegenüber dem Standesbeamten einzutragen ist. Ihn bekommt man bei der Geburt von seinen Eltern beziehungsweise bei Namenserteilung oder Annahme als Kind. Bei der Geburt. Das heißt doch, Selbst wenn das Neugeborene auf der Erde ist und atmet, ist die Geburt noch nicht vollendet. Die Rechtsfähigkeit beginnt also in dem Augenblick, in dem die Geburtsurkunde unterschrieben wird. Doch damit werden auch automatisch die Personen geschaffen. Doch wie war das bei den Personen? Personen ist, wer Träger von Rechten und Pflichten sein kann. Das heißt, auch die Person kann auf ihre Rechte verzichten. Überall liest man, dass der Mensch die natürliche Person ist. Ist das denn wirklich so? Noch mal zum BGB Paragraf 1. Wir befinden uns im Teil 1, in dem es um natürliche Personen geht. Alles, was in diesem Teil steht, handelt von natürlichen Personen. Dann wird im Paragraf 1 vom Menschen gesprochen. Das bedeutet wiederum, dass jede natürliche Person ein Mensch sein muss. Aber ist der Umkehrschluss zulässig? Setzen wir doch für natürliche Personen einfach mal das Wort Amsel ein und für Mensch Vogel. Jetzt sollte es jeder verstehen. Jeder Amsel ist ein Vogel. Aber ist jeder Vogel eine Amsel? Was würde denn passieren, wenn die Menschen und natürlichen Personen auf ihre Rechte verzichten würden? Sie wären ziemlich frei und könnten nicht ausgebeutet werden. Die Rechte wären herrenlos. Und damit das nicht passiert, wird durch Fiktion, ohne dass man darüber aufgeklärt wird, für jeden Menschen einfach noch eine juristische Person geschaffen. Und damit man nicht auf die Idee kommt, diese juristische Person einfach abzulehnen, erzählt man uns, dass man eine Geburtsurkunde und einen Personalausweis und einen Sozialversicherungsausweis und was weiß ich noch was für einen Ausweis besitzen muss. Sobald man jetzt einen dieser Ausweise oder auch die Urkunde vorzeigt oder wenn man nach seinem Namen gefragt wird, identifiziert man sich mit dieser Person, nutzt seine Rechte, bekommt allerdings auch sämtliche Pflichten aufgedrückt. Und was das bedeutet, erleben wir täglich. Wer auch immer sich dieses System zur Versklavung der Menschheit ausgedacht hat, Hut ab, aber es ist vorbei. Die Welle der sich erfreienden Menschen ist nicht mehr aufzuhalten. Die Lösung wäre also ganz einfach. Verzichte auf deine Rechte und du hast keine Pflichten. Nur so einfach ist das nicht umzusetzen, denn das System hat dafür weder Formulare noch sind die Mitarbeiter auf dieses Wissen geschult. Also machen wir es am besten wie immer und lassen die anderen arbeiten. Nur dieses Mal funktioniert es nicht, denn dieses Mal ist jeder selbst für sich verantwortlich. Jeder kann nur für sich selbst entscheiden, ob er die Person weiterhin vertreten möchte oder in Würde als das leben möchte, was er wirklich ist. Ganz so wie es im Artikel 1 der verfassungsmäßigen Grundgesetz Spielanleitung steht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Was ein Mensch ist, haben wir schon erfahren. Aber kannst Würde Siehe Menschenwürde Aha Menschenwürde Menschenwürde Artikel 1 Grundgesetz ist der innere und zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. Die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Die Menschenwürde ist unantastbar. Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist und andererseits der Staat ausschließlich um des Menschenwillen da ist und Verletzungen der Menschenwürde verhindern muss. Jetzt werden wir die Juristen mal beim Wort nehmen. Was bedeutet denn der Satz? Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist und andererseits der Staat ausschließlich um des Menschenwillen da ist und Verletzungen der Menschenwürde verhindern muss. Um Um das zu ergründen ziehe ich jetzt ein weiteres Lösungsbuch aus dem Regal den Duden Warum? Ganz einfach Kanonisches Recht Kanonisches Recht Recht Kanonisches Kirchenrecht Kirchenrecht ist die Gesamtheit der das Leben innerhalb der Kirchen oder das Verhältnis des Staates zur Religion und zu den Religionsgemeinschaften betreffenden Rechtssätze Das innere Kirchenrecht wird von der Kirche Kraft Autonomie gesetzt Das äußere Kirchenrecht wird vom Staat durch Gesetz oder Vertrag geschaffen Und ob ihr es glaubt oder nicht Aber das Kanonische Recht ist immer noch in der aktuellen Gesetzeslage verankert Ja sogar mehr noch Es ist die Grundlage vieler Gesetze und Verordnungen Schaut selbst Kodex des Kanonischen Rechtes Schauen wir uns doch mal den Paragraf 1 an ganz unten Ein Verwaltungsakt ist zu verstehen gemäß der eigenen Bedeutung seiner Worte und dem allgemeinen Sprachgebrauch Im Zweifelsfall unterliegen Verwaltungsakte die sich auf Streitsachen beziehen die Androhung oder Verhängung von Strafen betreffen Rechte einer Person einschränken wohl erworbene Rechte Dritter verletzen oder einem Gesetz zum Vorteil von Einzelpersonen widerstreiten einer engen Auslegung Alle übrigen unterliegen einer Weitenauslegung Wichtig ist im Augenblick nur der erste Teil Ein Verwaltungsakt ist zu verstehen gemäß der eigenen Bedeutung seiner Worte und dem allgemeinen Sprachgebrauch Die eigenen Worte finden wir im juristischen Wörterbuch und im Duden stehen die Worte aus dem allgemeinen Sprachgebrauch Mit diesen beiden Werkzeugen können wir uns langsam auf dem Weg zur Wahrheit machen Wem jetzt schon der Kopf raucht dem empfehle ich eine Pause Zieh dir vorsorglich währenddessen das Video einfach auf die Festplatte damit es zwischendurch nicht plötzlich sagen wir verschwindet und wenn du schon mal dabei bist verteile es einfach bei Gelegenheit Jetzt werden wir uns unsere Sprache etwas genauer ansehen die sich aus Silben Wörter und daraus resultierenden Sätzen zusammensetzt Gerade auf diese Silben und ihre Bedeutung sollten wir ab sofort genauer achten Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht welche Bedeutung die einzelnen Silben haben können Welche Bedeutung haben zum Beispiel die Vorsilben auch Präfix genannt R B End Un Ver Zer und so weiter Was drücken die Nachsilben auch Suffix genannt Un Heid Chien aus Wir nutzen sie ständig aber achten wir auch auf die Bedeutung Fangen wir ganz einfach an Was macht das Suffix chien aus einem Wort Ball Bällchen Fuß Füßchen Eimer Eimerchen Blume Blümchen Willkommen in der Kinderwelt Die Nachsilbe chien verniedlicht alles bzw. macht es klein und nimmt so die Ernsthaftigkeit aus den Worten und Sätzen Wir nutzen diese Silbe gerne im Umgang mit Kindern oder um unangenehme Sachen leichter über die Zunge fließen zu lassen Mein Hündchen hat leider ein Häufchen auf deinem Teppich gemacht Das gleiche funktioniert im Übrigen auch mit der Nachsilbelein Mein Hündlein hat leider ein Häuflein und so weiter Was 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 macht die Nachsilbe Unk Sie zeigt auf das Zentrum oder den Ort des Geschehens ein paar Beispiele Ich möchte heizen Womit mache ich das Mit der Heizung Sie ist das Zentrum des Heizens Irgendwann werde ich geprüft Und wann ist das In der Prüfung Im Augenblick des Prüfens Versucht es selbst Ich spüle mit der Spülung Löse durch die Lösung Rechne durch die Rechnung und so weiter Das gleiche funktioniert mit den Vorsilben Nehmen wir zum Beispiel die Vorsilbe R Was bedeutet sie R weist immer darauf hin dass etwas mit einem selbst passiert ist bzw. es einem selbst betrifft Hier wird als Beispiel folgendes gesagt Ich habe mir das erjagt er klettert er lauert und so weiter Es betrifft einem immer selbst im Inneren Tauscht jetzt bei den Beispiel Worten einfach mal die Vorsilbe R gegen die Vorsilbe B aus Ich habe das bejagt beklettert belauscht belauert und so weiter Jetzt geschieht es im Äußeren Es muss schon etwas vorhanden sein damit man B kann Schauen wir uns die Vorsilbe fair an Was macht sie Sie zeigt an dass etwas falsch ist bzw. in Unordnung gebracht oder komplett verloren wurde Ich kann jemandem trauen Ich kann ihm aber auch vertrauen Das Ergebnis ist manchmal enttäuschend also das Ende der Täuschung Man kann heiraten oder sich verheiraten Nächstes Mal bitte vorher aufpassen Weitere Beispiele für Da ist wohl etwas daneben gegangen sind Verlieren Vermissen Versuchen Verführen Versehen und so weiter Wenn man die Bedeutung der Silben nicht kennt kann man sich praktisch nur ver-stehen Besser wäre Beziehungsweise ergreifen Klingt im ersten Moment komisch zeigt aber sofort die wahre Bedeutung der Worte auf Nehmen wir uns jetzt mal die Verben fassen beziehungsweise greifen Was bedeuten diese Das ist ja kaum zu fassen zum Beispiel heißt so viel wie Das kann man ja kaum glauben Es hat also was mit glauben oder auch greifen zu tun Die Vorsilbe B zeigt an dass es etwas mit dem äußeren zu tun hat begreifen Ich kann etwas begreifen indem ich es zum Beispiel anfasse Ich begreife es Dafür muss dieses etwas aber schon im Außen vorhanden sein Begreifen hat aber auch etwas mit Wissen zu tun Ich habe es geistig begriffen Ich kann es begreifen Auch dafür muss etwas im Außen existieren damit ich es mit dem Geist begreifen also geistig fassen kann Die Vorsilbe R zeigt an dass es uns direkt betrifft und wir die Ursache sind Ich bin ergriffen Ich ergreife die Flucht Das betrifft uns selbst Ich habe es erfasst Das passiert direkt in mir Holen wir uns jetzt noch einmal die Nachsilbe um zurück Zusammen mit dem Verb fassen haben wir jetzt die Fassung in die ich eine Glühlampe einsetzen kann die ich aber auch komplett verlieren kann Ich habe meine Fassung verloren das heißt bis zu diesem Zeitpunkt war ich gefasst also ich befand mich in einer Umrandung oder auch Einfassung in dieser befinde ich mich jetzt also nicht mehr denn ich habe ja die Fassung verloren ja wo befinde ich mich denn jetzt ich würde sagen bei mir selbst bei meinem wahren Ich und je nachdem wie sehr das eigene Ich Einer flippt völlig aus und schlägt alles kaputt der nächste setzt sich heulend in die Ecke und wieder andere hängen sich gleich komplett auf Wir sehen also wie wir durch unsere Fassung in eine Schiene gezwungen werden nämlich so zu handeln wie es uns vorgeschrieben wird Ein gutes Beispiel dafür sind Filme Das ist die ab 18 Fassung und das ist die beschnittene Fassung für 16 17-Jährige Auch dort wird von irgendjemand bestimmt was für wem gut ist und was nicht Dabei sollten doch wir die geistig sittlichen Wesen die Menschen am besten wissen was für uns gut ist Nur müssten wir uns dafür normal und das bedeutet hierbei nach den Natur Gesetzen entwickelt haben Das ist jedoch nicht der Fall Denn uns wird ja in der Verfassung erzählt wie unser Leben oder nennen wir es Dasein auszusehen und abzulaufen hat Erinnert ihr euch noch an die Vorsilbe fair die für falsch oder durcheinander steht Dann frage ich jetzt noch mal jeden Einzelnen von euch Brauchst du eine Verfassung Wir sollten erst einmal unsere Fassung wiederfinden nämlich die unveränderlichen Naturgesetze die uns unsere natürlichen Grenzen aufzeigen und in deren Grenzen wir wirklich frei sind Was sollte jetzt dieser Ausflug in die Welt der Silben und ihrer Bedeutung Schauen wir uns noch mal die juristische Bedeutung des Wortes Menschenwürde an Daraus folgt dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist Nach der Verfassung Und dabei ist es egal ob man das nach als dahinter oder durch auslegt Das Ergebnis ist das Gleiche Um das zu begreifen sollten wir uns einfach ein großes Spielbrett vorstellen an dem alle Menschen dieser Erde sitzen Nennen wir das Spiel einfach Spiel des Lebens Ähm Wer kennt noch die alte Fernsehwerbung zu diesem Spiel aus den 1980 Jahren als die Großmutter ihren Zug beendete und folgenden Satz sprach Und ich heirate Wie lange war sie denn dann verheiratet Antwort Bis das Spiel wieder zurück in die Box gepackt wurde Dann war alles wieder normal Das folgende Video stammt vom YouTube Kanal Wach Auf Schaut es euch einfach erst einmal an Drückt notfalls auf Pause da die Untertitel manchmal etwas sehr schnell sind Ich melde mich gleich wieder de der day one day year learn to play the game one summer I played Monopoly with a neighbor almost every day all day long we played Monopoly for hours and that summer Ich habe es gelernt, dass ich das Spiel gelernt habe. Ich habe es gelernt, dass die единste Weg zu gewinnen ist, dass ich eine totalen Verkaufung für die Begriffe habe. Ich habe es gelernt, dass Geld und die Begriffe, das ist die Art, dass man gewinnen kann. Und am Ende des Jahres, ich war mehr Rufless als meine Eltern. Ich war bereit, wenn ich die Regeln habe, wenn ich das Spiel hätte, zu gewinnen. Und ich stand mit ihr, um die Spiel zu spielen. Ich habe alles, was sie hatte. Ich habe sie verletziert, finanziell und psychologisch. Ich habe sie verletziert, das letzte Dollar und verletziert. Und dann hat sie noch etwas zu mir. Und dann hat sie gesagt, jetzt geht es alles zurück in die Box. Alle die Hohen und Hotels. Alle die Rehörerungen und die Utilitäts-Kompeten. Alle diese Property und alle diese Wunderschöne Geld. Jetzt geht es alles zurück in die Box. Ich wollte nicht zurück in die Box. Nein, sie sagte. Nein, das war überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht. Es war überhaupt nicht. Es war wirklich nicht. Aber es war eine lange Zeit, bevor du in die Borde. Aber es war alles zurück in die Box. Und es war wieder zurück in die Box. Und ich werde das alles verlieren. Und ich werde das alles verlieren. Das ist nicht viel von einem ROI auf das. Und du musst dir fragen, wenn du endlich getrennt, wenn du getrennt, wenn du getrennt, wenn du getrennt, in die Banken, wenn du auf die Borde und die Finanze auf die Höhe der Höhe auf die Höhe von der Höhe der Höhe du kannst. Und die Trill wears off. Und es wird wehre off. Then what? How far do you have to walk down that road before you see where it leads? Surely you understand. It'll never be enough. So you have to ask yourself the question, what matters? Yeah, everything comes back in the box. Egal, what we're doing in our lives, we can't take anything away from our body. Aber, vielleicht werden irgendwo unsere Erfahrungen gesammelt. Aber Hand aufs Herz, was sind die wert, wenn wir uns nicht mal selbst erfahren konnten? Von klein auf an dieses Spielbrett gewöhnt, fristen wir unser Dasein als Arbeitssklaven und mutieren zu Konsumzombies, da man uns erzählt, dass materielle Dinge das Wichtigste sind und nur deren Besitz uns glücklich macht. Aber macht es das auch? Kaum gekauft, wird einem schon wieder etwas Neues, noch Wichtigeres suggeriert und die vermeintliche Freude fliegt schneller dahin, als wir das Schuldgeld erwirtschaften konnten, um uns diese winzige Freude zu machen. Was bleibt? Zurück an die Arbeit. Aber jeder für sich hat die Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Und das System weiß das auch. Schauen wir uns noch einmal den Begriff Menschenwürde an. Menschenwürde ist der innere und zugleich soziale Wertanspruch, der dem Menschen um seinetwillen zukommt. Die Menschenwürde besteht darin, dass der Mensch als geistig-sittliches Wesen von Natur darauf angelegt ist, in Freiheit und Selbstbewusstsein sich selbst zu bestimmen und in der Umwelt auszuwirken. Das BGB versucht, den Menschen zur Person zu machen. Aber das System kennt offensichtlich noch andere Menschen, nämlich den Menschen als geistig-sittliches Wesen. Und eben diese Menschen sind von Natur aus darauf angelegt, sich frei und selbstbewusst zu bestimmen und in der Umwelt auszudrücken. Und genau dieser Werteanspruch ist die unantastbare Menschenwürde. Ja, besser noch, der Staat verpflichtet sich, genau diese Menschen zu schützen. Daraus folgt, dass einerseits die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert und damit der Mittelpunkt des Wertesystems ist. Und andererseits, der Staat ausschließlich um des Menschenwillen da ist und Verletzungen der Menschenwürde verhindern muss. Doch wovor soll uns dieser Staat schützen? Sittlichkeit Sittlichkeit, Moral, ist die Gesamtheit der inneren, auf die Gesinnung bezogenen Verhaltensnormen. Sittliches Verhalten ist das auf das Gute um seiner selbst willen gerichtete Verhalten. Die Ausrichtung am Gewissen und am Guten unterscheidet die Sittlichkeit vom Recht. Wer also erkannt hat, dass er ein geistig-sittliches Wesen ist, ist von Natur aus auf das Gute ausgerichtet. Er nimmt niemanden etwas weg, kämpft nicht, beziehungsweise nur um sich seine Haut zu erwehren, achtet und schützt die Natur, nutzt das, was ihm zur Verfügung steht und gesellt sich gern zu Gleichgesinnten. Er hat nur ein Problem. Personen. Und genau vor diesen Personen muss der Staat die Menschen schützen. Doch vorher muss alles zurück in die Box. Setzen wir uns noch einmal an den Spieltisch. Wo befindet sich der Mensch? Und wo die Person? Dafür schauen wir noch einmal auf den Begriff Fiktionstheorie. Juristische Personen werden also durch Fiktion, sprich Erdichtung, erschaffen. Aber genau das geschieht doch schon mit der Geburtsurkunde. Das heißt doch dann, dass alle Menschen eine juristische Person, also eine Erdichtung sind. Aber ich bin noch da. Moment mal. Äh, natürlich bin ich da. Aber ich bin noch kein Stück Papier. Dann ist doch dieser Zettel die juristische Person und nicht ich. Es sei denn... Nja, es sei denn, dass ich mich mit diesem Zettel identifiziere, indem ich sage, ja, das bin ich. Dann werde ich selbst zur Fiktion, sprich zur Erdichtung. Für den Spieltisch bedeutet das, dass der Mensch am Tisch sitzt, während die Personen die Spielfiguren sind. Sobald also jemand schreit, wer ist die rote Figur hier? Und jemand antwortet, ich, wird dieser Ich zur Spielfigur, sprich vom Menschen zur Person. Am einfachsten wäre es doch, aufzustehen und den Spieltisch zu verlassen. Doch wie soll man das seinen ehemaligen Mitspielern erklären? Die meisten haben ja noch gar nicht festgestellt, dass Menschen und Personen weder das gleiche noch dasselbe sind. Hier hilft nur Aufklärung. Und zwar bevor die Prügeltruppe über das Spielfeld gehetzt wird. Und wie das funktionieren kann, das werde ich euch jetzt erklären. Dafür müssen wir Menschen als geistig siedelte Wesen uns erst einmal definieren. Und zwar so, dass es auch für die Spielfiguren, also Personen, verständlich und begründbar ist. Werfen wir einen Blick in die Menschenrechte. Dort heißt es im Artikel 1, Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen. Das bedeutet so viel wie kein Mensch steht über dem anderen, wir begegnen uns alle auf Augenhöhe, haben die gleiche Würde und unterliegen alle den gleichen Naturrechten. Warum sage ich Naturrecht, wenn doch hier Recht steht? Also unterliegen wir doch alle auch dem neuer vom Menschen gemachten Gesetzen. Lesen wir doch einfach mal weiter. Artikel 2 Jeder hat Anspruch auf alle in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten, ohne irgendeinen Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand. Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden, aufgrund der politischen, rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört. Hoppala, Person? So viel zu den Menschenrechten, aber in Artikel 1 definieren sie für sich selbst, was Menschen sind und wie diese sich begegnen. Nur, wenn wir jetzt sagen, dass wir genau diese Menschen sind, glaubt man uns nicht und betrachtet uns weiterhin als Personen. Aber ich habe doch Rechte und der Staat muss mich schützen. Rechtsbankrott. Rechtsbankrott ist das Unvermögen einer Rechtsordnung, den rechtsunterworfenen Recht zu verschaffen. Eine Einrichtung, insbesondere eine Rechtseinrichtung, offenbart beispielsweise Rechtsbankrott, wenn sie Lügner an die Spitze gelangen lässt, Schmierer zu Schriftführern macht, Betrüger zu Kassierern, Fälscher zu Protokollanten, Hochstapler zu Beisitzern und Erpresser zur Rechtsaufsicht. Eine Besserung verspricht unter solchen Umständen allein die vollständige Rückkehr zu allgemein anerkannten Werten, zum Beispiel Wahrheit, Freiheit. Und das schreibt das System in seine eigene Spielregel? Also, dass man getrost vom Rechtsbankrott sprechen kann, haben viele inzwischen bemerkt. Aber hier bietet man ja sogar die Lösung an. Eine Besserung verspricht unter solchen Umständen allein die vollständige Rückkehr zu allgemein anerkannten Werten, zum Beispiel Wahrheit, Freiheit. Wahrheit Wahrheit ist der mit Gründen einlösbare und insofern haltbare Geltungsausspruch über einen Sachverhalt. Die Wahrheit ist die Grundlage der Freiheit. Sie wird verletzt, vor allem vom Lügner, Fälscher, Hochstapler und Betrüger. Ist die Grundlage der Freiheit. Freiheit ist allgemein die Möglichkeit der uneingeschränkten Entfaltung. Ihre geistige Voraussetzung ist die, vom Lügner unredlicherweise verlassene, Wahrheit. Die Voraussetzung für die Freiheit ist die Wahrheit. Also nochmal. Mit Gründen einlösbar und dadurch haltbar. Wenn ich also eine Eintrittskarte fürs Kino habe und ich den Personal dort begründen soll, weshalb sie mich in den Kinosaal lassen sollen, dann gebe ich ihnen die Eintrittskarte als Begründung für meinen Geltungsanspruch. Denn es ist ja die Wahrheit. Hätte ich keine Eintrittskarte, könnte ich den Sachverhalt nicht begründen, da es ja nicht die Wahrheit wäre. Das heißt, die Wahrheit muss man begründen können. Kann man es nicht, ist es nicht die Wahrheit. Und genau da liegt die Lösung. Nur, um da hinzukommen, muss sich jeder Einzelne selbst erst einmal lösen. Und zwar von den Gründen, weshalb man vom System als Person angesehen wird. Und das wird für viele nicht einfach. Denn das System wirft den Spielfigurenführern immer wieder Leckerlis hin, auf die die meisten bisher nicht verzichten wollen. Ich sage bewusst wollen und nicht können, da wir von Natur aus nichts von dem, was uns das System gibt, benötigen. Aber es ist bequem und wir wurden auf diese Bedürfnisse programmiert. Die Lösung beginnt mit einem Bewusstseinswechsel. Ich bin Mensch. Und die Natur ist mein Lebensraum. Ich achte und schütze die Natur, denn sie beliefert mich mit allem, was ich benötige. und das im Überfluss. Meinen Mitmenschen begegne ich auf Augenhöhe. Wo ich helfen kann, helfe ich. Ohne Erwartung einer Gegenleistung. Ich lebe mit allem friedlich und im Einklang. Denn ich bin die Wahrheit. Alleine schon dadurch, dass ich bin. Kommen wir noch einmal zum Menschen. Er hat bestimmte, grundlegende Rechte gegenüber dem Staat. Na, welche Rechte könnte wohl ein Mensch gegenüber dem Staat haben? Menschenrecht Menschenrecht ist, dass den Menschen als solches gegenüber dem Staat zustehende, angeborene, unveräußerliche, unantastbare Recht, vor allem die Rechte auf Leben, Freiheit und Eigentum. Und schon wieder heißt es gegenüber dem Staat. Wenn aber etwas gegenüber ist, kann es nicht auf der gleichen Seite sein. Das bedeutet, dass Menschen nicht zum Staat gehören. Dieser aber die Verletzung der Menschenwürde und somit auch des Menschen verhindern muss. Das wird auch logisch, wenn wir uns an die Fiktionstheorie erinnern. Juristische Personen werden durch Erdichtung erschaffen. Und eben diese Fiktionen bilden den Staat und schreiben die Gesetze. Selbst Städte, Länder, Kontinente sind nur Fiktionen, Erdichtungen. Nehmen wir die Stadt Berlin. Wie hieß die denn vor tausend Jahren? Irgendwann fing einer an, dieses Fleckchen Erde Berlin zu nennen. Aber heißt das wirklich, dass das jetzt Berlin ist? Und wieso auf einmal? Und was war vorher? Es sind alles Erdichtungen, die uns auf der einen Seite zwar das Leben leichter machen können, auf der anderen Seite aber dafür benutzt werden, die Menschen zu unterdrücken und auszupressen. Nebenbei vernichten wir damit sogar unsere Existenzgrundlage, den Planeten. Wo wir gerade bei der Menschenwürde waren. Hier stand doch, dass die Würde des Menschen nach der Verfassung der höchste Wert sei. Nämlich in dem Augenblick, in dem wir die Verfassung hinter uns gelassen haben und wir uns bewusst sind, geistig-sittliche Wesen zu sein. Das System kennt demnach zwei Arten von Menschen. Zum einen die geistig-sittlichen, die es schützen muss und zum anderen die Menschen, die sich selbst zur natürlichen Person erklären und somit vom System kontrolliert werden müssen, damit sie keinem geistig-sittlichen Menschen schaden. Also fassen wir nochmal zusammen. Das Spielbrett symbolisiert den Staat mit all seinen Gesetzen, Verordnung, sehr geil, Verordnung, schön durcheinander gebracht, Bezeichnungen, Personen und Menschen, die sich als natürliche Person ausgeben. Das alles ist Fiktion, reine Erdichtung. Und dem gegenüber steht der Mensch, der von, und aus meiner Sicht vor allem vor, diesem Staat geschützt werden muss. Doch wie soll man es denn nun den Bediensteten begründen, dass ich nicht mitspiele? Die sagen einfach, dass sie die Staatsgewalt repräsentieren. Staatsgewalt Staatsgewalt ist die den Staat kennzeichnende oberste Herrschaftsgewalt, Hoheitsgewalt, Befehlsgewalt und Zwangsgewalt. Sie ist das funktionale Element des Staates. Sie betrifft das Staatsgebiet und das Staatsvolk. Sie geht im demokratischen Staat vom Volk aus. Sie ist im Rechtsstaat vielfach geteilt in gesetzgebende Gewalt, vollziehende Gewalt und rechtsprechende Gewalt. Aber das hatten wir doch gerade. Ich gehöre doch gar nicht zum Staat, sondern stehe diesem gegenüber. Dafür entdecke ich hier aber die nächsten Fragezeichen. Sie geht im demokratischen Staat vom Volke aus. Was bedeutet das denn? Volk Volk ist die anfangs vor allem durch die gemeinsame Sprache zum Beispiel Indogermanen, Griechen, Römer, Kelten, Slaven und so weiter in der Gegenwart durch gemeinschaftliche, geistige, kulturelle oder politische Entwicklung verbundene größere Menschenmehrheit. Aha, sagt ja erstmal nicht viel aus. Trotzdem habe ich ein komisches Gefühl. Irgendetwas stimmt hier nicht. Wo habe ich das Wort Volk schon mal gelesen? Ach ja hier, Klopapier. Sie geht im demokratischen Staat vom Volke aus. Hm. Wie ist das denn? Darf ich jemanden etwas wegnehmen oder jemanden zu etwas zwingen? Wohl kaum. Oder deutlicher? Nein. Darfst du das? Wohl auch nicht. Wie können wir aber jemanden zu etwas legitimieren, wozu wir gar kein Recht haben? Wie können wir also dieses nicht vorhandene Recht auf jemand anderen übertragen? Ganz einfach. Gar nicht. Der Satz muss also eine andere Bedeutung haben. Ich gehe mal davon aus, dass wir diese Bedeutung ganz schnell finden werden. Ha, da ist sie ja schon. Ich gehe vom Finden der Bedeutung aus. Ja, und die Staatsgewalt geht davon aus, dass es ein Volk gibt. Melden sich ja auch fleißig ganz viele und rufen, wir sind das Volk. Tja, leider nicht. Aber wenn ihr euch versklaven lassen wollt, nur zu. Vielleicht muss man aber einfach nur Staatsgewalt und Volk kombinieren, etwa zu Staatsvolk. Staatsvolk Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet eines bestimmten Staates befinden und die allein schon infolge dieser Tatsache dessen Staatsgewalt unterstehen. Das Staatsvolk ist das personelle Element eines Staates. Von ihnen geht im demokratischen Staat alle Gewalt aus. Staat Staat ist die auf Dauer berechnete Zusammenfassung einer größeren Anzahl von Menschen. Staatsvolk auf einem bestimmten Teil der Erdoberfläche. Staatsgebiet Staatsangehörigkeit Staatsangehörigkeit ist die Mitgliedschaft eines Menschen in einem Staat. Mitglied Mitglied ist der Angehörige einer Personengesamtheit, zum Beispiel Gesellschaft, Verein. Mitgliedschaft Mitgliedschaft ist das Rechtsverhältnis einer Person zu einer Personengesamtheit. Die Mitgliedschaft begründet Rechte. Genau das ist der Grund, den die Bediensteten des Systems benötigen, um ihr Handeln als Wahrheit zu deklarieren. Zeige an, dass du Mitglied bist und schon fliegt der Knüppel aus dem Sack. Zurück zum Staatsvolk. Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet eines bestimmten Staates befinden und die allein schon infolge dieser Tatsache dessen Staatsgewalt unterstehen. Das Staatsvolk ist das personelle Element eines Staates. Von ihm geht im demokratischen Staat alle Gewalt aus. Na, Fehler entdeckt? Den wichtigen Teil nochmal langsam. Staatsvolk ist die Gesamtheit der Menschen, die sich auf dem Gebiet eines bestimmten Staates befinden und die allein schon infolge dieser Tatsache dessen Staatsgewalt unterstehen. Das heißt, dass jeder Ausländer Moment, Ausländer Ausländer ist in Deutschland der Mensch, der in Klammern nur eine andere Staatsangehörigkeit als die Deutsche hat. Also nochmal, das heißt, dass jeder Ausländer, der in Deutschland beziehungsweise in der von mir aus noch existierenden Bundesrepublik in Deutschland Urlaub macht, automatisch zum Staatsvolk gehört. Frei nach dem Motto, kommt Familie, wir fahren nach Deutschland, da sind gerade Wahlen und wir machen da mal mit, weil wir ja, wenn wir dort sind, das Recht dazu haben. Da kann doch etwas nicht stimmen. Aber wo liegt der Fehler? Staatsgebiet Staatsgebiet ist der einem Staat zugehörige bestimmte Teil der Erdoberfläche. Okay, durch dieses Thema müssen wir leider auch noch, aber nur ganz kurz. Für den ersten Brechreiz schauen wir uns an, wie Wikipedia Deutschland definiert. Deutschland, Vollform, Bundesrepublik Deutschland, ist ein föderal verfasste, äh, reicht eigentlich schon. So, so, das ist also alles dasselbe. Na dann, wie kam es denn dazu? Da gab es eins, die BRD und die DDR und das kleine Fleckchen Berlin, das auch noch einmal in Ost und West geteilt war. Ich spiele das Spiel jetzt mal so mit, wie man es uns erklären möchte. Die DDR wurde der BRD angegliedert und Ost und West Berlin wurden wieder zu Berlin. Das alles soll jetzt die BRD beziehungsweise Deutschland sein. Okay, wenn die Spielregeln es so wollen, glauben wir mal kurzzeitig daran. Was sagen eigentlich die immer noch in Deutschland stationierten und vom Staatsvolk bezahlten Besatzer dazu? Diese definieren in den immer noch gültigen Militär- und Kontrollratsgesetzen Deutschland ganz anders. Dort heißt es im Gesetz Nummer 52 im Artikel 7 unter Punkt E Deutschland bedeutet das Deutsche Reich wie es am 31. Dezember 1937 bestanden hat. Und das würde dann so aussehen. Dann gibt es noch Begriffe wie Deutschland als Ganzes und was weiß ich noch. Lange Rede gar kein Sinn? Von welchem Gebiet sprechen wir denn, wenn von Deutschland die Rede ist? Ehrliche Antwort? Völlig egal. Körperschaft Körperschaft ist die mitgliedschaftlich verfasste vom Wechsel der Mitglieder unabhängige Personenvereinigung zum Beispiel Verein, Universität. Im Verwaltungsrecht ist Körperschaft der mitgliedschaftlich verfasste vom Wechsel der Mitglieder unabhängige mit Hoheitsgewalt ausgestatteter Verwaltungsträger. Die öffentlich-rechtliche Körperschaft ist grundsätzlich juristische Person des öffentlichen Rechts. Je nach der Abgrenzung der Mitgliedschaft kann sie Gebietskörperschaft zum Beispiel Gemeinde, Realkörperschaft zum Beispiel Jagdgenossenschaft, Personalkörperschaft zum Beispiel Ärztekammer oder Verbandskörperschaft zum Beispiel Zweckverband sein. Deutschland kann also schon mal keine Gebietskörperschaft sein, denn das Gebiet ist umstritten und nicht eindeutig feststellbar. Außerdem haben die Bewohner der Ostgebiete keine offizielle Zugehörigkeit zur BRID beziehungsweise Deutschland. Aber hier habe ich zwei Hinweise darauf, was die BRID beziehungsweise Deutschland wirklich in der Fiktion ist. Personalkörperschaft Personalkörperschaft ist die Körperschaft des öffentlichen Rechts, bei der die Zugehörigkeit von einem persönlichen Tatbestand abhängt. Wer Mitglied werden will, braucht eine Geburtsurkunde oder ein Perso, ein Reisepass oder mit was auch immer man sich in diesem Konstrukt registrieren lassen möchte. Nebenbei darf ein Mensch nicht zum Beitritt gezwungen werden. Schauen wir dafür noch einmal in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte und dort in den Artikel 20. Dort heißt es 1. Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusammen zu schließen. 2. Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören. Also darf Niemand und schon gar kein geistig sittliches Wesen gezwungen werden, der Personalkörperschaft BRID oder wie auch immer die sich nennt beizutreten. Somit stellen wir fest, dass geistig sittliche Wesen gar nicht zum Staatsvolk gehören können, da sie keine Grundlage, sprich keine Person in Form eines Zettels besitzen und schon gar nicht verkörpern. Das Totschlag Argument gegenüber den Bediensteten bleibt aber die geforderte Erklärung, wie es denn sein kann, dass jeder Tourist als Staatsvolk mit sämtlichen Rechten angesehen werden kann. Welche Antworten könnte man erhalten? Und nicht vergessen, die Wahrheit muss begründet werden. Spielt das mal im Kopf durch. Ich werde am Ende dieses Videos noch einige fiktive Beispielgespräche aufzeigen. Fassen wir also noch einmal zusammen. Wer sich als geistig sittlicher Mensch erkannt hat, wird automatisch die Wahrheit leben wollen. Er kann sich frei entfalten und wird niemandem schaden. Er steht sämtlichen Fiktionen gegenüber und kann diese durch sein Sein und der Definition der Spielregeln begründen. Die Mitspieler der fiktiven Spielewelt müssen den Menschen als geistig sittliches Wesen schützen. Da sie in der Unwahrheit leben, können sie keine Forderung an geistig sittliche Wesen begründen. Sie sind somit nicht haltbar. An dieser Stelle hat man das Spielbrett verlassen. Ob das Gegenüber das allerdings begreift, steht auf einem anderen Blatt. Hier sind wir alle gefragt, denn je mehr Personen verschwinden und je mehr geistig sittliche Menschen erscheinen, desto schneller wird sich die Gesellschaft ändern. Wer will schon ewig Geselle bleiben, wenn er Meister sein könnte, Meister über sein Leben? Ich kann nur jedem empfehlen, sich das Lösungsbuch zu organisieren. Wem das passende Schuldgeld fehlt, der kann sich online unter rechtslexikon.net informieren, wobei ich doch eher zum gedruckten Werk rate, da man es in jeder Situation mit sich führen kann. Solltet ihr Interesse an einem Vortrag zu diesem Thema haben, dann schreibt mich einfach über meinen YouTube Kanal an. Bedenkt bitte, dass ich aus dem Raum Berlin komme und kein Fahrzeug besitze. Und jetzt wie angekündigt noch einige erdichtete Gespräche zwischen einem vordernden System und einem geistig sittlichen Wesen. Ich bedanke mich bei dir für dein Interesse. Ich bedanke Musik 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 Musik